Heute freue ich mich, denn wir launchen einen neuen Fonds. Warum haben wir eigentlich damals 10xDNA gestartet? Weil ich einfach davon fasziniert bin, wie sich Technologie entwickelt, welche Chancen es gibt. Und das gab es bisher, so wie ich es haben wollte, nicht als Fondprodukt. Das war der Startschuss für 10xDNA. Und heute starten wir einen neuen Fonds, nämlich der sich nur auf kleine Unternehmen fokussiert. Also in so einem großen Disruptive Fonds sind ja zum Beispiel Tesla oder Tencent oder Palantir. Und einige von euch haben gesagt, dass sie diese großen Unternehmen, die ja auch schon viele kennen, nicht in einem Fonds haben wollen. Deswegen gibt es jetzt den Small und Mid-Cap. Da sind nur die kleinen Technologiewerte drin. Und ja, das ist uns am nächsten, denn wir kommen aus dem Venture Capital. Und das ist der Bereich, der uns wirklich begeistert. Und hier gibt es auch ganz wenig Research, weil die Unternehmen eben so klein sind. Und große Fonds oftmals nicht investieren können, weil die Liquidität, die täglich gehandelt wird, zu klein ist, gibt es hier besondere Chancen. Wir nehmen uns die Zeit, wir nehmen uns die Passion, die Liebe fürs Detail. Wir schauen uns die an und dann sprechen wir wirklich mit dem Management. Wir testen die Produkte. In einigen Fällen rechnen wir nach. Wir schauen uns die Chemie, die Physik dahinter an. Und das ist jetzt ein Portfolio, wo wirklich nur kleine Unternehmen drin sind. Also, jetzt neu von CENIX DNA, der Small und Mid-Cap Fonds. Und ich freue mich auf euer Feedback. Und wir sind wir jetzt hier den Chancen. Und wir sind dann QW nicht auf I. Und wir nehmen einen glaube, Ich kann die Sharkveniäunde auf. Und wir gehen mit lieber Chapveni via unterten. Und ich kann sie das auch provider. Und wir sehen uns das auch, Vielen Dank.